Hallo, ich bin Andrina und arbeite als Social Media Managerin bei Betty Bossi und zeige euch heute meinen Kitchen Hack. Ich habe mega gerne Essigurken und es kann es doch öfters geben, dass ich das Glas einfach nicht aufbringe. Und ich zeige euch jetzt, wie das ganz einfach geht. Ich habe nämlich einfach das Glas, das kann auch Konfis sein zum Beispiel. Und dann habe ich das Wasser und dann zack, geht es einfach auf.